Es war einmal ein altes Mütterchen, das lebte mit seiner Herde Gänse in einer Einöde zwischen Bergen und hatte da ein kleines Haus. Die Einöde war von einem großen Wald umgeben und jeden Morgen nahm die Alte ihre Krücke und wackelte in den Wald. Da war aber das Mütterchen ganz geschäftig, mehr als man ihm bei seinen hohen Jahren zugetraut hätte, sammelte Gras für seine Gänse, brach sich wildes Obst ab, soweit sie es mit den Händen erreichen konnte, und trug alles auf ihrem Rücken heim. Man hätte meinen sollen, die schwere Last müsste sie zu Boden drücken, aber sie brachte sie immer glücklich nach Hause. Wenn ihr jemand begegnete, so grüßte sie ganz freundlich. Guten Tag, lieber Landsmann. Heute ist schönes Wetter. Ja, ein bisschen heiß ist es schon. Hier rennt der Schweiß in Bächen herab. Ist das euer Sohn, Landsmann? Ja, mein Jüngster, der Hansel. Guten Tag. Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleiner Mann vor mir. Nimm dir aus dem Korb einen schönen Apfel. Hm, danke. Auf Wiedersehen. Ach, Landsmann, sei zu gut und helft mir noch das Bündel auf den Rücken nehmen. Gern, Mütterchen, gern. Das ist aber schwer. Ja, ihr wundert euch, dass ich so viel Gras schleppe. Aber jeder muss seine Last auf den Rücken nehmen. Gott befohlen, Landsmann. Wiedersehen, Hansel. Wiedersehen. Hansel, ich sag dir was, wenn du der Alten einmal allein begegnest, so hüte dich vor ihr, ja? Ja. Jetzt faustig hinter den Ohren. Vielleicht ist es sogar eine Hexe. Ui. Wer weiß. Eines Morgens ging ein hübscher junger Mann durch den Wald. Die Sonne schien hell, die Vögel sangen und ein kühles Lüftchen strich durch das Laub. Und er war voll Freude und Lust. Noch war ihm kein Mensch begegnet, als er die alte Hexe erblickte, die am Boden auf den Knien saß und Gras mit einer Sichel abschnitt. Eine ganze Last hatte sie schon in ihr Tragtuch geschoben und daneben standen zwei Körbe, die mit wilden Birnen und Äpfeln angefüllt waren. Aber Mütterchen, wie kannst du das alles fortschaffen? Ich muss es tragen, lieber Herr. Reiche Leute, Kinder brauchen es nicht, aber beim Bauer heißt's, schau dich nicht um. Dein Buckel ist krumm. Wollt ihr mir helfen? Ihr habt noch einen geraden Rücken und junge Beine. Es wird euch ein leichtes sein. Auch ist mein Haus nicht so weit von hier. Hinter dem Berg dort steht es auf einer Heide. Wie bald seid ihr da hinaufgesprungen? Nun ja, Mütterchen, zwar ist mein Vater kein Bauer, sondern ein reicher Graf, aber damit ihr seht, dass die Bauern nicht allein tragen können, so will ich euer Bündel aufnehmen. Wollt ihr's versuchen? So soll's mir lieb sein. Um Gottes Willen, ist das schwer. Ist euer Haus weit von hier? Oh, eine Stunde weit werdet ihr schon gehen müssen. Eine Stunde. Aber was macht euch das schon aus? Dort die Äpfel und Birnen müsst ihr auch tragen. Eine Stunde, Mütterchen, eine Stunde weg. Das ist doch ein bisschen lang. So viel Zeit habe ich eigentlich nicht. Jetzt habt ihr einmal A gesagt und jetzt müsst ihr auch B sagen. Hier, nehmt auch noch die beiden Körbe mit Äpfel und Birnen auf den Arm. Ja, was das auch noch? Seht ihr, es geht ganz leicht. Nein, 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 es geht nicht leicht. Oh, weh, das Bündel drückt ja so schwer, als wären lauter Wackersteine darin. Und die Äpfel und Birnen haben ein Gewicht, als wären sie von Blei. Ich kann kaum atmen. Nein, nein, Mütterchen, alles, was recht ist, das kann ich keine Stunde lang tragen. Schiet einmal, der junge Herr will nicht tragen, was ich, alte Frau, schon so oft fortgeschleppt habe. Mit schönen Worten sind sie bald bei der Hand, aber wenn es ernst wird, so wollen sie sich aus dem Staub machen. Was steht ihr da und zaudert? Hebt die Beine auf. Es nimmt euch niemand das Bündel wieder ab. Solange er auf eberner Erde ging, war es noch auszuhalten. Aber als sie an den Berg kamen und steigen mussten und die Steine hinter seinen Füßen hinabrollten, als wären sie lebendig, da ging es über seine Kräfte. Die Schweißtropfen standen ihm auf der Stirn und liefen ihm bald heiß, bald kalt über den Rücken hinab. Mütterchen, ich kann nicht weiter. Ich will ein wenig ruhen. Nichts da. Wenn wir angelangt sind, so könnt ihr ausruhen. Aber jetzt müsst ihr vorwärts. Wer weiß, wozu es euch noch gut ist. Alte, du wirst unverschämt. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich werfe das Tragbündel einfach ab. Dann kannst du es mitsamt deinen Körben allein nach Hause tragen. Versuch's nur, ob du es vom Rücken wegbringst. Was ist denn das? Was? Das Bündel und die Körbe, die sind ja wie angewachsen an meinem Rücken. Alte, das ist Zauberei. Lach nicht, du Echse. Und spring nicht an deiner Krücke herum, sondern hilf mir lieber. Oh, das ist der Dank für meine Hilfsbereitschaft. Erzürnt euch nicht, lieber Herr. Ihr werdet ja so rot im Gesicht wie eine Tomate. Tragt euer Bündel mit Geduld. Und wenn wir zu Hause angelangt sind, so will ich euch schon ein gutes Trinkgeld geben. Was wollte er machen? Er musste sich in sein Schicksal fügen und geduldig hinter der Alten herschleichen. Sie schien immer flinker zu werden und ihm seine Last immer schwerer. Auf einmal tat sie einen Satz, sprang auf das Tragtuch und setzte sich oben darauf. Wie Zaundür sie auch war. So hatte sie doch mehr Gewicht als die dickste Bauerndirne. Dem Jüngling zitterten die Knie. Aber wenn er nicht fortging, so schlug ihn die Alte mit einer Gärte und mit Brennnesseln auf die Beine. Geh herunter, Alte, du bist zu schwer. Ich kann nicht mehr. Hü, mein Pferdchen, hü. Weiter, weiter. Unter beständigem Ächzen stieg er den Berg hinauf und langte endlich bei dem Haus der Alten an, als er eben niedersinken wollte. Als die Gänse die Alte erblickten, streckten sie die Flügel in die Höhe und die Hälse voraus und schrien ihr Wulewule. Hinter der Herde mit einer Rute in der Hand ging eine bejahte Trulle, stark und groß, aber hässlich wie die Nacht. Die sprach zu der Alten. Frau Mutter, ist euch etwas begegnet? Ihr seid so lange ausgeblieben. Bewahre, mein Töchterchen. Mir ist nichts Böses begegnet. Im Gegenteil. Der liebe Herr da hat mir meine Last getragen. Denkte, als ich müde war, hat er mich selbst noch auf den Rücken genommen. Der Weg ist uns gar nicht lang geworden. Wir sind lustig gewesen und haben immer Spaß miteinander gehabt. Schöner Spaß. Mir tun alle Knochen im Leib weh. Bleibt ruhig stehen. Ich rutsche jetzt hinunter und nehme euch das Bündel und die Körbe ab. Na ja. So. Und nun Spaß beiseite. Ihr habt tapfer durchgehalten, junger Mann. Setzt euch auf die Bank vor der Tür und ruht euch aus. Ihr habt euren Lohn redlich verdient. Der soll auch nicht ausbleiben. Du, mein Töchterchen, geh ins Haus hinein. Es schickt sich nicht, dass du mit einem jungen Herrn allein bist. Man muss nicht Öl ins Feuer gießen. Er könnte sich in dich verlieben. Ja, Mutter. Ich gehe schon. Also, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Solch ein Schätzchen, dick und hässlich wie die Nacht. Und wenn es 30 Jahre jünger wäre, könnte doch mein Herz nicht rühren. Inzwischen hätschelte und streichelte die Alte ihre Gänse wie Kinder. Wulle, 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 Gänzchen. Meine lieben Kinderchen. Und ging dann mit ihrer Tochter ins Haus. Der Jüngling streckte sich auf die Bank unter einem wilden Apfelbaum. Die Luft war lau und mild. Ringsumher breitete sich eine grüne Wiese aus, die mit Himmelschlüsseln, wildem Thymian und tausend anderen Blumen übersät war. Mittendurch rauschte ein klarer Bach, auf dem die Sonne glitzerte. Und die weißen Gänse gingen auf- und abspazieren. Oder pudelten sich im Wasser. Der junge Graf lag auf seiner Bank und die Vögelchen über ihm im Apfelbaum zwitscherten so lieblich und die kleinen Hummeln und Bienen summten, dass es in seinem Herzen ganz ruhig wurde. Es ist recht lieblich hier. Aber ich bin so müde, dass ich die Augen nicht aufhalten mag. Ich will ein wenig schlafen. Aber wenn nur kein Windstoß kommt und bläst mir meine Beine vom Leib weg, denn sie sind mürb, so mürb wie Zunder. Als er ein Weilchen geschlafen hatte, kam die Alte und schüttelte ihn wach. Steh auf! Hier kannst du nicht bleiben. Freilich habe ich dir sauer genug gemacht, aber das Leben hat es doch nicht gekostet. Jetzt will ich dir deinen Lohn geben. Geld und Gut brauchst du nicht. Da hast du etwas anderes. Hier, nimm dies kleine Büchslein. Es ist sehr kostbar. Es ist aus einem einzigen Smaragd geschnitten. Bewahr es wohl. Es wird dir Glück bringen. Ach, Mütterchen, der Schlaf hat mich erquickt. Ich bin wieder frisch und bei Kräften, Gott sei Dank. Eigentlich sollte ich dir ja deine Bosheit nachtragen, aber lassen wir es gut sein, Alte. Das nächste Mal, wenn ich dich wieder treffe, lasse ich mich nicht mehr von dir anführen. Dann musst du dir deine Bündel alleine tragen. Such dir künftig ein anderes Reitpferd aus. Und danke für das schöne Smaragdbüchslein. Na, anleb wohl. Und noch einen Gruß an dein schönes Töchterchen. Als er schon eine Strecke weg war, hörte er noch aus der Ferne das lustige Geschrei der Gänse. Der Graf musste drei Tage in der Wildnis herumirren, ehe er sich herausfinden konnte. Da kam er in eine große Stadt. Und weil ihn niemand kannte, war er in das königliche Schloss geführt, wo der König und die Königin auf dem Thron saßen. Der Graf ließ sich auf ein Knie nieder, zog das maragdene Gefäß aus der Tasche und legte es der Königin zu Füßen. Sie hieß ihn aufstehen und er musste ihr das Büchslein hinaufreichen. Kaum aber hatte sie es geöffnet und hineingeblickt, so fiel sie wie tot zur Erde. Was ist das? Helft der Königin! Bringt Riechfleischchen, lauft! Graf, was habt ihr meiner Frau gegeben? Dass sie wie tot hinfällt, sprecht oder ich lasse euch ins Gefängnis werfen? König, ich weiß nicht, ich bin selbst auf das Äußerste bestürzt. Es ist nur ein schönes Büchslein aus Maragd, das ich ihr zum Geschenk machen wollte. Aber seht, seht, die Königin schlägt die Augen auf. Liebe, was war dir? Mach dir keine Sorgen. Nur möchte ich bitte mit dem jungen Grafen allein sprechen. Geht alle hinaus. Auch du, mein Gemahl. Lass mich ein paar Minuten mit dem Grafen allein. Nun gut, gehen wir. Obwohl ich es nicht gerne tue. Königin, ich bin untröstlich, dass ihr durch mein Geschenk in solche Aufregung versetzt wurdet. Ich kann mir den Grund nicht erklären. Habt die Güte. Erzählt mir, was euch so betrübt. Ach, lieber Graf. Ich bin eine arme Mutter. Was hilft mir Glanz und Ehren, die mich umgeben? Jeden Morgen erwache ich mit Sorgen und Kummer. Ich habe drei Töchter gehabt. Davon war die jüngste so schön, dass sie alle Welt für ein Wunder hielt. Sie war so weiß wie Schnee, so rot wie Apfelblüte und ihr Haar so glänzend wie Sonnenstrahlen. Wenn sie weinte, so fielen nicht Tränen aus ihren Augen, sondern lauter Perlen und Edelsteine. Als sie fünfzehn Jahre alt war, da ließ der König alle drei Schwestern vor seinen Thron kommen. Da hättet ihr sehen sollen, was die Leute für Augen machten, als die Jüngste eintrat. Es war, als wenn die Sonne aufging. Der König sprach, meine Tochter, ich weiß nicht, wann mein letzter Tag kommt. Ich will heute bestimmen, was eine Jede nach meinem Tod erhalten soll. Ihr alle habt mich lieb, aber welche mich von euch am liebsten hat, die soll das Beste haben. Jede sagt, sie hätte ihn am liebsten. Könnt ihr mir's nicht ausdrücken, wie lieb ihr mich habt? Daran werde ich sehen, wie ihr's meint. Die Älteste sprach, ich hab den Vater so lieb wie den süßesten Zucker. Die Zweite, ich hab den Vater so lieb wie mein schönstes Kleid. Die Jüngste aber schwieg. Da fragte der Vater, und du, mein liebes Kind, wie lieb hast du mich? Ich weiß es nicht, antwortete sie, und kann meine Liebe mit nichts vergleichen. Aber der Vater bestand darauf, sie müsste etwas nennen. Da sagte sie endlich, die beste Speise schmeckt mir nicht ohne Salz. Darum hab ich den Vater so lieb wie Salz. Als mein Mann das hörte, geriet er in Zorn und sprach, wenn du mich so liebst wie Salz, dann soll deine Liebe auch mit Salz belohnt werden. Da teilte er das Reich zwischen den beiden Ältesten. Der Jüngsten aber ließ er einen Sack mit Salz auf den Rücken binden, und zwei Knechte mussten sie hinaus in den wilden Wald führen. Wir haben alle für sie gefleht und gebeten, aber der Zorn des Königs war nicht zu erweichen. Ach, wie hat sie geweint, als sie uns verlassen musste. Der ganze Weg ist mit Perlen besät worden, die aus ihren Augen geflossen sind. Den König hat danach seine große Härte geräut, und er hat das arme Kind im ganzen Wald suchen lassen. Aber niemand konnte sie finden. Aber wenn ich denke, dass sie von den wilden Tieren gefressen worden ist, so weiß ich mich vor Traurigkeit nicht zu fassen. Manchmal tröste ich mich mit der Hoffnung, sie sei noch am Leben, und hat sich in einer Höhle versteckt oder bei mitleidigen Menschen Schutz gefunden. Aber stellt euch vor, als ich euer Smaragdbüchslein aufmarkte, so lag eine Perle darin, gerade derart, wie sie meiner Tochter aus den Augen geflossen sind. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie mir der Anblick das Herz bewegt hat. Ihr sollt mir sagen, wie ihr zu der Perle gekommen seid. Der Graf erzählte ihr, dass er sie von der Alten im Wald erhalten hätte, die ihm nicht geheuer vorgekommen wäre und eine Hexe sein müsste. Von ihrem Kind aber hätte er nichts gehört und gesehen. Graf, ich bitte euch, lasst uns mit dem König aufbrechen und die Alte aufsuchen. Denn wo die Perle gewesen ist, da müssen wir auch Nachricht von unserer Tochter finden. Verlassen wir nun den Königshof und schauen wir, wie es in dem kleinen Häuschen aussieht. Die Alte saß draußen in der Einöde bei ihrem Spinnrad. Es war schon dunkel geworden und ein Spahn, der unten am Herd brannte, gab ein sparsames Licht. Auf einmal war es draußen laut. Die Gänse kamen heim von der Weide und ließen ihr heiseres Gekreisch hören. Danach trat doch die Tochter herein. Guten Abend, Mutter. Aber die Alte dankte ihr kaum und schüttelte nur ein wenig mit dem Kopf. Gekreisch hören. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Tochter setzte sich zu ihr nieder, nahm ihr Spinnrad und drehte den Faden so flink wie ein junges Mädchen. So saßen beide zwei Stunden und sprachen kein Wort miteinander. Endlich raschelte etwas am Fenster und zwei feurige Augen glotzten herein. Es war eine alte Nachtäule, die dreimal schrie. Die Alte schaute nur ein wenig in die Höhe, dann sprach sie Jetzt ist Zeit, Töchterchen, dass du hinausgehst. Tu deine Arbeit. Sie stand auf und ging hinaus. Wo ist sie wohl hingegangen, Kinder? Über die Wiesen, immer weiter in das Tal. Endlich kam sie zu einem Brunnen, bei dem drei alte Eichbäume standen. Der Mond war in dessen rund und groß über dem Berg aufgestiegen und so hell, dass man eine Stecknadel hätte finden können. Sie zog eine Haut ab, die auf ihrem Gesicht lag, bückte sich dann zu dem Brunnen und fing an, sich zu waschen. Als sie fertig war, tauchte sie auch die Haut in das Wasser und legte sie dann auf die Wiese, damit sie wieder im Mondschein bleichen und trocknen sollte. Aber wie war das Mädchen verwandelt? So etwas habt ihr nie gesehen. Als der graue Zopf abfiel, da quollen die goldenen Haare wie Sonnenstrahlen hervor und breiteten sich, als wär's ein Mantel, über ihre ganze Gestalt. Nur die Augen blitzten heraus, so glänzend wie die Sterne am Himmel, und die Wangen schimmerten in sanfter Röte wie die Apfelblüte. Aber das schöne Mädchen war traurig. Er setzte sich nieder und weinte bitterlich. Ach, meine lieben Eltern, wie wird es euch ergehen? Wann werde ich dich wiedersehen, Mutter? Wann bist du nicht mehr böse auf mich, Vater? Lieber Gott, beschütze sie. Führe alles zu einem guten Ende. Ich will auch geduldig sein und alles ertragen, was du mir schickst. Und mit deiner Hilfe jede Prüfung besteht. Ich vertraue mein Geschick dir an. Verlass mich nicht. Gib mir meine Eltern wieder. Eine Träne nach der anderen drang aus ihren Augen und rollte an ihren langen Haaren auf den Boden. So saß es da und wäre lange sitzen geblieben, wenn es nicht in den Ästen des nahestehenden Baumes geknittert und gerauscht hätte. Sie sprang auf wie ein Reh, das den Schuss des Jägers vernimmt. Der Mond ward gerade von einer schwarzen Wolke bedeckt und im Augenblick war das Mädchen wieder in die alte Haut geschlüpft und verschwand wie ein Licht, das der Wind ausbläst. Zitternd wie Espenlaub lief sie zu dem Haus zurück. Die Alte stand vor der Tür und das Mädchen wollte ihr erzählen, was ihm begegnet war. Mutter, ich bin ganz außer Atem. Ich bin so erschrocken. Denk dir nur, ich... Ich weiß schon alles. Komm herein in die Stube. Zünde einen neuen Spahn an, damit wir mehr Licht haben. Wir haben heute noch viel zu tun. Mutter, was? Jetzt wollt ihr noch arbeiten? Es ist doch alles schon sauber. Frag nicht. Nimm den Besen und kehre den Fußboden. Siehst du, er ist schon im Laufe des Tages wieder schmutzig geworden. Es muss alles rein und sauber sein. Aber Mutter, ich verstehe das nicht. Warum fangen wir in so später Stunde noch einmal an? Was habt ihr vor? Weißt du denn, welche Stunde es ist? Noch nicht Mitternacht, aber wahrscheinlich schon elf Uhr vorbei. Denkst du nicht daran, dass du heute vor drei Jahren zu mir gekommen bist? Deine Zeit ist aus. Wir können nicht länger zusammenbleiben. Ach, liebe Mutter, wollt ihr mich verstoßen? Wo soll ich hin? Ich habe keine Freunde und keine Heimat, wohin ich mich wenden kann. Ich habe doch immer alles getan, was ihr verlangt habt. Und ihr seid doch immer zufrieden mit mir gewesen. Schickt mich nicht fort. Ich kann dir jetzt nichts weiter sagen. Hör auf zu weinen. Meines Bleibens ist nicht weiter hier. Wenn ich aber ausziehe, muss Haus und Stube sauber sein. Drum halt mich nicht auf in meiner Arbeit. Deinetwegen sei ohne Sorge. Du sollst ein Dach finden, unter dem du wohnen kannst. Und mit dem Lohn, den ich dir geben will, wirst du auch zufrieden sein. Aber sag mir nur, was habt ihr vor? Ich sag dir nochmals, störe mich nicht in meiner Arbeit. Rede kein Wort weiter. Trockne die Tränen. Geh in deine Kammer. Nimm die Haut vom Gesicht. Und zieh das seidene Kleid an, das du trugst, als du zu mir kamst. Und dann harre in deiner Kammer, bis ich dich rufe. Aber ich muss wieder von dem König und der Königin erzählen, die mit dem Grafen ausgezogen waren und die Alten der Einöde aufsuchen wollten. Der Graf war nachts in dem Wald von ihnen abgekommen und musste allein weitergehen. Am anderen Tag kam es ihm vor, als befände er sich auf dem rechten Weg. Er ging immer fort, bis die Dunkelheit einbrach. Da stieg er auf einen Baum und wollte da übernachten. Denn er war besorgt, er möchte sich verirren. Als der Mond die Gegend erhellte, so erblickte er eine Gestalt, die den Berg herabwandelte. Sie hatte keine Rute in der Hand, aber er konnte doch sehen, dass es die Gänsehirtin war, die er früher bei dem Haus der Alten gesehen hatte. Oh, da kommt sie. Und habe ich erst die eine Hexe, so soll mir die andere auch nicht entgehen. Wie erstaunte er aber, als sie zu dem Brunnen trat, die Haut ablegte und sich wusch. Als die goldenen Haare über sie herabfielen und sie so schön war, wie er noch niemand auf der Welt gesehen hatte. Kaum, dass er zu atmen wagte. Aber er streckte den Hals zwischen dem Laub so weit vor, als er nur konnte, und schaute sie mit unverwandten Blicken an. Ob er sich zu weit überbog oder was sonst schuld war, plötzlich krachte der Ast. Und in demselben Augenblick schlüpfte das Mädchen in die Haut, sprang wie ein Reh davon. Und da sich der Mond zugleich bedeckte, so war sie seinen Blicken entzogen. Kaum war sie verschwunden, so stieg der Graf vom Baum herab und eilte ihr mit behänden Schritten nach. Er war noch nicht lange gegangen, so sah er zwei Gestalten der Dämmerung über die Wiese wandeln. Es war der König und die Königin. Die hatten aus der Ferne das Licht in dem Häuschen der Alten erblickt und waren darauf zugegangen. Lieber Graf, Gottlob, da seid ihr wieder. Wir haben euch voll Angst einen ganzen Tag lang gesucht. Frau Königin, ich habe Neuigkeiten, die euch glücklich machen werden. Die Tochter der Alten, von der ich euch erzählt habe, ist euer Kind. Nein, nein, ihr habt das Mädchen geschildert als alt und hässlich und meine Tochter war schön wie der helle Tag. Das ist wahr, aber inzwischen habe ich das wundersamste Erlebnis meines Lebens gehabt. Ich kann noch selbst nicht erfassen, was ich gesehen habe. Es ist ein Wunder. Erzählt schon, Graf. Lasst euch nicht bitten. Ich will es kurz machen. Heute Abend stieg ich auf einem Baum, um dort zu übernachten und um mich umzusehen, ob kein Licht weit und breit wäre. Da kommt, es wird vielleicht zehn Uhr gewesen sein, die hässliche Tochter der Alten, die Gänsehirtin zu dem Brunnen, der gerade unter dem Baum war. Aber was glaubt ihr? Sie zog sich eine Haut vom Gesicht, wusch sich im Brunnen und als ich wieder hinschaute, stand da das herrlichste Mädchen, das ich je gesehen habe. Ich glaubte zu träumen. Mein Herz klopfte zum Zerspringen. Ich wagte kaum zu atmen. Aus Furcht, das schöne Bild könnte mir zergehen. Dann fing sie an zu klagen und zu weinen über ihren Vater. Sie ist's, unser Kind. Ach, wie oft habe ich schon meinen Zorn bereut. Wo ist sie aber jetzt? Da drüben in dem kleinen Häuschen muss sie sein. Es ist das Haus der alten Hexe. Kommt, gehen wir hinüber. Es sind nur ein paar Schritte. Frau, lass uns vorsichtig sein. Du weißt, die Alte ist eine Hexe, die unser Kind verzaubert hat. Wer weiß, was sie im Schilde führt. Ja. Schleichen wir uns hin und schauen wir durch das Fenster. Alles gut und schön. Schleichen wir uns hin. Das mag noch angehen, aber für mich als König ist es unter meiner Würde, durch ein Fenster zu sehen oder an einer Tür zu lauschen. Das tut man nicht. Ach, du brauchst es ja nicht zu tun. Aber ich kann es nicht erwarten. Ich schaue hinein, da es um das Glück unserer Tochter geht. Ganz leise näherten sich der König, die Königin und der Graf nun dem Häuschen. Die Gänse saßen ringsherum, hatten den Kopf in die Flügel gesteckt und schliefen und keine regte sich. Überhaupt war alles um sie herum totenstill. Kein Lüftchen regte sich, kein Nachttier ließ einen Laut vernehmen. Es war unheimlich. Die Königin und der Graf schauten lange still zum Fenster in das Häuschen hinein. Nun, was seht ihr? Die Alte sitzt ganz still bei ihrem Spinnrad und spinnt. Sie nickt mit dem Kopf, zieht sich nicht um. Und unsere Tochter, ist sie auch da? Nein, ich sehe sie nicht. Frau, was siehst du sonst noch? Es ist ganz sauber in der Stube. Als wenn da die kleinen Nebelmännchen wohnten, die keinen Staub auf den Füßen tragen. Das ist doch typisch. Pssst! Was interessiert mich, ob die Stube geputzt ist? Sauberkeit ist auch wichtig und ein gutes Zeichen. Vielleicht ist die Alte doch keine Hexe, sonst wäre es nicht so reinlich bei ihr. Wahrscheinlich wird die Alte noch stundenlang spinnen. Sollen wir nicht eintreten? Ja, klopft ans Fenster. Nur herein. Ich kenne euch schon. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe euch schon erwartet. Aber, König, den weiten Weg hättet ihr euch sparen können, wenn ihr euer Kind, das so gut und liebreich ist, nicht vor drei Jahren ungerechterweise verstoßen hättet. Tausendmal habe ich es schon bereut. Ich weiß. Darum habe ich euch auch den Weg hierher finden lassen. Liebes Mütterchen, verzeiht. Wir glauben, ihr habt unser Kind verzaubert. Ist es so? Ja. Aber ihr hat's nicht geschadet. Sie musste auch eine harte Prüfung bestehen. Mit dieser hässlichen Haut musste sie bei Tag ihre Schönheit verdecken. Drei Jahre hat sie die Gänse gehütet. Sie hat nichts Böses dabei gelernt, sondern ihr reines Herz behalten. Sie hat sich in allen Prüfungen stets gehorsam erwiesen, blieb bescheiden und liebenswürdig, freundlich und fleißig und ihr Lohn wird groß sein. Ihr aber seid durch die Angst, in der ihr gelebt habt, hinlänglich bestraft. Komm heraus, mein Töchterchen. Da ging die Türe auf und die Königstochter trat heraus in ihrem seidenen Gewand mit ihren goldenen Haaren und ihren leuchtenden Augen und es war, als ob ein Engel vom Himmel käme. Sie ging auf ihren Vater und ihre Mutter zu, fiel ihnen um den Hals und küsste sie. Es war nicht anders. Sie mussten alle vor Freude weinen. Der junge Graf stand neben ihnen und als sie ihn erblickte, war sie rot im Gesicht wie eine Moosrose. Sie wusste selbst nicht, warum. Oh, meine liebste Mutter, nun hat alles Leid ein Ende. Mein Kind, mein Liebling, dass ich dich wieder habe. Es ist der schönste Tag meines Lebens. Vater, mein lieber Vater, wie freue ich mich, dich wiederzusehen. Verzeih mir, mein Kind. Ich weiß ja, du hast damals nur nicht verstanden, dass ich meinte, dass Salz ist das, was ich am wenigsten missen möchte. Und so wollte ich dir sagen, dass ich immer bei dir sein möchte, weil ich dich so sehr lieb habe. Du bist ein gutes Kind und dafür kann ich dich nicht einmal belohnen. Mein Königreich habe ich auf deine beiden Schwestern aufgeteilt. Was soll ich dir jetzt geben? Sie braucht nichts. Ich schenke ihr die Tränen, die sie um euch geweint hat. Das sind lauter Perlen. Schöner, als sie im Meer gefunden werden und sind mehr wert als euer ganzes Königreich. Und zum Lohn für ihre Dienste gebe ich ihr mein Häuschen. Als die Alte das gesagt hatte, verschwand sie vor ihren Augen. Es knatterte ein wenig in den Wänden und als sie sich umsahen, war das Häuschen in einen prächtigen Palast verwandelt und eine königliche Tafel war gedeckt mit duftenden Speisen und die Bedienten liefen hin und her. Die Geschichte geht noch weiter, aber meiner Großmutter, die sie mir erzählt hat, war das Gedächtnis schwach geworden. Sie hatte das Übrige vergessen. Ich glaube immer, die schöne Königstochter ist mit dem Grafen vermählt worden und sie sind zusammen in dem Schloss geblieben und haben da in aller Glückseligkeit gelebt, solange Gott wollte. Ob die schneeweißen Gänse, die bei dem Häuschen gehütet wurden, lauter Mädchen waren, es braucht's niemand zu wissen, welche die Alte zu sich genommen hatte und ob sie jetzt ihre menschliche Gestalt wieder erhielten und als Dienerinnen bei der jungen Königin blieben, das weiß ich nicht genau, aber ich vermute es doch. So viel ist gewiss, dass die Alte keine Hexe war, sondern eine weise Frau, die es gut meinte. Seht ihr, Kinder, so kann man oft jemand Unrecht tun. Ergeht es euch nicht auch manchmal so, dass ihr glaubt, dieser oder jener Kamerad so ein Feigling und dann stellt sich plötzlich heraus, dass er in Gefahr der Mutigste von allen ist oder diese Freundin seine Klatschbase und hätte Böses über euch gesagt und am Ende ist das gar nicht wahr und sie wurde von anderen nur verleumdet. Da schämen wir uns dann hinterher mit Recht, weil wir irgendwelchen dummen Gerüchten Glauben geschenkt haben. Dann müssen wir um Verzeihung bitten, wie unser König hier im Märchen. Das ist nicht angenehm, aber das Beste, was wir tun können. Ja, aber noch mal zurück zu der alten weisen Frau. Wahrscheinlich ist sie es auch gewesen, die der Königstochter schon bei der Geburt die Gabe verliehen hat, Perlen zu weinen statt der Tränen. Heutzutage kommt das nicht mehr vor, sonst könnten die Armen bald reich werden. Untertitelung im Auftrag des ZDF,